Das war's für heute. Ich kann... ich... ich kann nicht atmen. Ich nehme an, wenn Ihre Freunde bei Ihnen gewesen wären, hätte man sie nicht entführt. Okay, überspringen wir die emotionale Bestrafung? Was will irgendjemand mit Scooby und Shaggy? Ich weiß nicht, aber ich möchte dem, der das erschaffen hat, die Hand schütteln. Und dann, ihr wisst schon, diese Hand ins Gefängnis werfen, weil sie versucht hat, unsere Freunde zu töten. Hey! Dieser verlauste Streuner kommt mit mir. Er ist kein Streuner. Ach, ehrlich? Wie heißt er denn? Sein Name ist... äh, Scooby. Zweiter Name? Doobie. Nachname. Du. Meine Herren, willkommen an Bord. Mir geht's nicht um einen Kerl mit einer Gummimaske. Ich wäre damit durchgekommen, wenn ich diese nervigen... Es geht um einen von uns. Willkommen in mein Raumschiff. Sekunde, Sekunde. Mach das Licht an. Wo sind meine Ballons, Didi? Du weißt, Raumschiff ist das Stichwort für die Ballons. Oh, klasse, klasse, Tyree. Ihr wollt euch sicher anschlagen. Komm an! Dubi, dubi, dubi. Vielleicht kann uns das zu unserem Täter führen. Kinkies. Und offensichtlich bestiehlt er Netflix, indem er den Account seiner Mutter verwendet. Das ist nicht fair uns gegenüber, die für Netflix bezahlen müssen. Für Netflix muss man bezahlen? Und los geht's! Wenn ihr wollt, könnt ihr anhalten und uns hier rauslassen. Wir gehen zu Fuß nach Hause. Ich vermute, unser neuer Film zeigt, wie alles begann. Ja, wie bei allen anderen Helden. Ich will, dass The Rock mich spielt. Kannst du vergessen. Ich bin geht's! Ich will, dass The Rock mich steht. Ich bin, dass The Rock mich spielt. Vielen Dank.